Hallo, ich heiße Sophia Fritzschelich, bin 16 Jahre alt, spiele in der Außenverteidigung. Mein Sägerverein war der SV Hofdorf. Mein persönliches Ziel ist es, spielerisch weiterzuentwickeln und auch weiterhin Spaß am Fußball zu haben. Und das Ziel mit der Mannschaft ist es, als Team eine erfolgreiche Saison zu spielen und am Ende einen guten Tabellenplatz zu erreichen.